Hallo Leute, herzlich Willkommen zu NVA Gaming 2.0 Infovideo Teil 2. Ja Leute, das ist jetzt eine Fortsetzung des vorherigen Infovideos, wo es ja um die YouTube Partnerschaft halt ging. Wo man ja jetzt rauslegt, wie man unter 2000 Abonnements hat und diese bestimmte Anzahl an Aufrufen nicht erreicht hat. Das ist bei mir jetzt am 16. schon passiert. Also YouTube hab mich sogar schon vier Tage vorher rausgeschnitten. Also letzten Monat, der 16.2., wo jetzt wo ich das Video aufnehmen muss, ist ja schon der 10.3. Ja, ich würde eigentlich, beziehungsweise eigentlich sollte ich erst vier Tage später, sprich den 20.2., so, der ist rausgeworfen werden. Aber YouTuber hatte ich einfach mal gedacht, wir schmeißen den Typen mal schon früher raus. Gut, das ist ja im Prinzip egal. Auf die vier Tage kommst du eh nicht drauf an. Aber mein Kanal hätte es ja eh nicht bis zum 20. geschafft, weil es jetzt ja eh nur nicht geschafft hat. Gut. Soviel dazu. Also wie gesagt, ich bin raus. Das wüsste ja auch, ihr habt ja wahrscheinlich auch gesehen, dass ich diese bestimmten Partner-Widgets mit der Werbung nicht mehr hab. Das ist jetzt weg. Und ja, das ist natürlich nicht so geil. Aber gut. Und jetzt denken sich vielleicht viele Leute, ja, das ist so ein kleiner Furz-Kanal mit nur einer dreistelligen Abbo-Zahl. Der macht doch eh keine Einnahme, boah, schon mindestens die 10.000 Abonnenten, um irgendwie auf YouTube Code zu machen, um dem Video irgendwie tausend Aufrufe. Also, aber den ist nicht so, oder beziehungsweise so, den ist schon so, dass man da schon Geld macht. Erst wenn man mindestens mal 1.000 Aufrufe locker auf jeden Video, also 1.000 bis, sagen wir mal, 8.000 Aufrufe oder so macht. Klar, das sollte man schon machen, sonst macht es ja im Prinzip gar kein Geld. Ich mach vielleicht mit dem Video 1-3 Cent. Aber, ja, das ist mir eigentlich relativ egal, weil es geht einfach darum, das ist einfach cool. Und halt so einfach dieses Gefühl, dafür Geld zu bekommen, auch wenn es so ein winzig-winziges Taschengeld ist, dass ich vielleicht 10, zwischen 10 und 30 Cent im Monat bekomme. Was im Jahr vielleicht 3 Euro sind oder so, wenn es wirklich gut läuft, oder minimum vielleicht auch nur 1 Euro. Aber das hat schon was. Das ist halt so einfach so ein geiles Feeling, sag ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber, ja, ich finde das halt an sich einfach ganz geil. So. Ähm. Ja. War's das jetzt im Prinzip schon mit dem Info-Video? Lasst mich mal gerade überlegen, habe ich noch etwas auf dem Herzen, was ich mit euch besprechen will. Nein. Das war's auch eigentlich. Ich hab' gedacht, ich hätte... Nee, 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 nee. Okay. Nee, hab' ich erledigt. Ist okay. Gut, Leute. Das war's mit dem Info-Video. NVA Gaming 2.0 Info-Video Teil 2. Ja. Und... Wenn uns das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig auf ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesen Channel Links verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Aber auch nur, wenn ihr wollt. Okay. Okay.